So, hier sind wir wieder bei Super Smash Bros. Melee und LP Gamer ist heute auch da. Yay, Freude. Ja, jetzt zockt schon mal ein bisschen vor. Ja, werd ich auch nachher tun. Naja, so. Okay, jetzt reicht mir aber. Naja. Ähm, wir... Heute machen wir in die Truff... Also, ja weiter die Mission. Ja. Und wir sind ja noch bei der Mission, wo wir die kleinen fecken Kürbis ermorden. Wirklich? Ja. Alle? Auch in Masse-Trek? Nein. Die sind zu viele. Pokémon-Kampf. Pokémon-Ball sind in der Sch... Sind der Schlüssel zum Sieg gegen Pikachu. Nein, das ist Mewtwo. Schleeecht. Ich glaub, du kannst hier nicht anreifen. Wenn wir jetzt noch kuchen. Oh, dann haben wir die Pokémon. Oh, du Scheiße. Ach so, bis das kurz zu gehen. Ach, so, bis zur Flue. Oh. Oh, die hat richtig gesessen weiter. Das ist noch pokolen, ne? Nein, nein. Na. Ah, nein, nein, nein. Das ist noch so. Na, nein. Ah, nein, nein. Ah. Das ist noch schön. Oh, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. es spricht sich ja auch um dass hier mir das stärkste pokémon ist was ist denn jetzt doch die 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 wollen es ist richtig ist die nächsten und schluss die festen uns dass ich noch hier das muss man stehen er ist das das war doch was ja du kannst aber jetzt ist es auch immer in bestimmten Stellen dessen die Stiere täglich die man lassen die bringen ja nicht auch gerade Herzteile machst du auf die Körper ja klar die wird leicht die wir überhaupt nicht leicht die naja doch ich weiß ja was man alles machen muss ich weiß auch was ich alles machen oh ja oh ja das ist zehnmal durchgespielt das hat sich gelohnt wer ist das das was du nicht sagen muss ich finde es besser das glaubst du nicht ach wirklich okay ich muss es noch im labclub und so alles noch machen was zur Hölle was hast du denn in den letzten Parts so gemacht? oh das ist der letzte Part richtig scheiße der ist richtig scheiße gelaufen ich mach so Adventure Mode das funktioniert einfach nicht hier mit dem oh Gott Hörwolle ok ja komm bei dieser scheiß Stelle wo tausend Clubys auf einmal kommen und mich töten wollen und ich ja hast du das LKD gemacht? ne das waren nur die drei da aha Krieg mit Schick hm ich will nicht das will mich nicht gedulden hm belasche belasche ich hasse ein bisschen belaschungs hm aha wie das ja auch eine Stage von Majors Mask nein nicht der Hände du Arsch Geige achso wie schlau bist du? ja was was ich werde verratzen müssen alter aua ja hab ich gleich verstanden bin ja da 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 ja Bildi Service ey naja jedenfalls ähm wieso hast du mich jetzt eigentlich hier eingeladen? deswegen hm ok ja wir ähm wir wollten noch wissen wie was noch mit deinem ähm wie ähm wie ähm was für Let's Plays du alles noch machen willst bis auf das außer dem außer dem Zelda LP und so weiter mal gucken ja hab ich ja meine schöne Tasche äh nein das ist das Ralsche nein alter was willst du von mir du Kla- hier was wolltest du jetzt hören hm nein ok äh Pokemon X das ist scheiße Mario 64 ähm ähm warte zuviel Professor Nathan und die Schatulle von Pandora aha ich ich ja wahrscheinlich werde ich bei diesem Spiel wahrscheinlich wie äh auf Google benutzen ach du na gut ich benutze Game of the ok das ist so wie Cheatenator ok ja und Run to Life hm gut das wären jetzt vier Spiele mit den Zelda während 5 ja ein paar Parts bin ich dabei mal so mhm und mal gucken vier Spiele bei dieser dabei sein und das selbe Spiel spiele ich im Vivo Modus nein doch das habe ich auch vor und so angezockt und ich bin geschort ja den ersten dann mhm das war wirklich lustig das und schutz schutz schatzes Lennitz entweder das und das ist jetzt bescheuert Ich mach jetzt auch nicht alle Missionen. Im nächsten Part gehen wir dann die Trophäen an. Kann ich jetzt schön die ganze Zeit lesen und so lesen und lesen. Oh Gott. Ich will vorlesen. Ich will vorlesen. Nein, das sind nicht Texte, wo Leute was sagen. Das ist ein Text über Trophäen. Ja, ich will vorlesen. Ach ja, genau. Schade. Voll langweilig. Na gut, ich kann das auch irgendwie so verarschen. Das schaffst du nicht. Das schaff ich. Das mach ich. Okay. Ja, ein paar Kulturen kannst du ja auch. Die Grafik ist ziemlich schön außerdem. Ist sie nicht. Bei mir siehts alles schon klar aus, wenn ich jetzt genau hingucke. Aber wenn ich jetzt gerade auf dem Bildschirm gucke, wie ihr es sehen müsst. Sorry, man. Alter. Er ist der schlechteste. Halt die Schnauze. Es ist nicht der... Ich bin nicht der schlechteste. Oh nein. Na gut, du bist der zweischlechteste. Oh nein. Zortmaße 09 beleidet mich, dass ich hier ein Handy zum Film benutze. Aber er macht das selber. Ich könnte jetzt so richtig was raus tun sollen, aber das... Das mache ich mal nicht. So assig bin hier. Kinderfreundlich. Sollte das so sein? Whatever. Das Spiel macht mich noch ins Graf. Oh nein. Naja. Im nächsten Part machen wir dann mit den Trophäen weiter. Sorry wegen den ganzen Abschürzen, aber das wird uns ein Trophäen vorlesen wahrscheinlich nicht passieren. Es ist klar. Okay. Okay. Ich bin ein Schildkund. Ich bin Applatif. Tschüss.